Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft zusammen mit Richtig Ronja. Was geht ab? Leute, wir sind hier heute auf einer... Was geht ab? Wir sind hier auf einer Super-Fan-Mail. Hier ist gar nichts. Du hast mich gerade gefragt. Oh, eine weiße Katze. Guck mal. Ich will die zähmen. Nein, nein, nicht zurenden. Wir müssen Fische finden, Ronja. Wir sind hier heute auf einer Flat Map. Wo ist hier Wasser? Wasser ist... Da vorne ist ein Brunnen. Aber woher kriegen wir Fische? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber das ist das Ziel meines Lebens. Wir müssen heute den Tag überleben. Ich bin gespannt. Und wenn wir das fangen, wir stellen jetzt erstmal den Game-Rule. Do Dayla Circle auf. True. Jetzt geht's los. Der Tag hat offiziell begonnen. Ich würde sagen, wir läuten jetzt erstmal die Glocke. Einfach nur um den Tag einzuläumen. Bitte einmal aufwachen. Genau so. Zack. Da kommen die Villager aus ihren Häusern gerannt. Die hören es klingeln und denken sich... Nee, die sind jetzt in die Häuser reingerannt. Ich weiß nicht, wieso. Ich habe hier zum Beispiel... Was habe ich hier? Tonklumpen. Tonklumpen. Ein neuer Tag direkt die Villager beklaut. Ronja, Ronja, ich stelle dich mal hier rein. Stell dich mal da rein. Leg mal deinen Kopf da. Okay. Oh, guck mal, hier ist Essen. Da vorne. Da ist Essen. Wie ist das? Leckere Schweine. Oh, yeah. Nein, ich will das nicht. Was? Hier vorne sind Heuballen. 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 Ist doch nicht ein Strohballer, die jetzt nicht so fährt. Den können wir notfalls essen. Der ist aber noch nicht fertig. Warte, was? Nein, wir können doch hier nicht Strohballen. Das ist doch Weizen. Das ist kein Weizen. Na klar, das sind Strohballen. Da machst du Weizen draus. Wirklich? So, drei, zwei, drei. Ja, wahrscheinlich, ne? Und Holz brauchen wir. Holz haben wir hier zum Glück im Villagerdorf. Wir haben richtig Glück, dass wir beim Villagerdorf gespawnt sind. Ja, sonst hätten wir gar keine Chance. Aber ich glaube, wir müssen noch mal ein zweites finden. Ich mache jetzt erst mal hier die gute alte Werkbank hin. Okay? Okay. Und davon kann ich jetzt eigentlich anfangen, Brote zu machen. Auf geht's. Nr. 1. Nr. 2. Oh, wir können was übrig lassen und Schweine züchten und ein Schweinebaby machen. Oh, das ist eine gute Idee. Lassen wir machen. Warte, nee, die essen doch Karotten, oder? Die essen doch gar kein Weizen. Was ist los mit uns? Dann können wir ein Kuckuck, äh, Kuckuck, Baby machen. Kuckuck, Baby. Ein Kuckuck, Baby. Nein, das sind Schafe. Aber die essen doch auch Weizen, oder? Kommt, meine kleinen Schäfchen. Hier geht's lang. Einmal mitkommen. Wir gehen jetzt ins Dorf. Wir wohnen jetzt bald. Ich habe neun Brote jetzt. Ich habe schon 44 Brote übergebracht. Was? Ja, ich bin ein bisschen schneller als du unterwegs, nicht wahr? Ich rauche auch nicht mehr als neun Brote. Ach so, du bist auf Diät. Ich bin auf Brot-Diät. Okay, ja, dann. Nur damit du es weißt. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ich stehe. Hier, ein, zwei und... Warte, ich will das Baby füttern. Geht alle weg da. Hier, bitte. Oh, warte, warte, warte. Vielleicht gibt's einen Villager, der mit mir irgendwas trainen will gegen Weizen. Dann kann ich dem jetzt hier seinen eigenen Weizen andrehen. Stimmt. Das ist aber die, die die gelagert haben. Der hier, wenn dann der. Aber der will nur Karotten und Kartoffeln. Als ob hier keiner Weizen will. Sag nicht, warte, hier ist ein Zombie. Was? Irgendwo ist hier ein Zombie. Nein, ich tag. Ich höre das. Komm mal her. Ich tag. Aber der ist hier irgendwo. Nein. Ich höre ihn doch, Ronja. Oh doch, da ist ein Zombie. Aber wo ist er? Der ist hier eingesperrt. Vielleicht oben am Dach drin? Wahrscheinlich. Könnt ihr mir vorstellen, dass der oben im Dach ist? Weil irgendwie alles andere gibt gerade keinen Sinn. Ja, der muss hier oben sein. Hier ist eine leere Kiste. Och, Mann. Ich höre auch ein Schwert. Ja, hier hat irgendjemand einfach den Zombie oben drin im Dach. Ja, dann müssen wir das 50.000 Mal von Zombies befreien, oder? Ich mach mal ein Schwert, ja? Okay. So, zack, ein Schwert. Und dann mache ich auch noch mal eine Axt, dass wir da hochkommen. Oh nein, das ist aber... Da braucht man eine Spitzsacke für. Ich mach eine Spitzsacke schnell. Warte, hier. Ich hab ja eine Axt. Ich kann mir jetzt Holz ein bisschen schneller abbauen. Äh, wo brauchen wir? Wo? Ähm, ja, wir müssten wahrscheinlich... Aber du brauchst du fort und machst ein Schwert. Ich brauch kein Schwert. Ronja, das ist gefährlich, was du da... Da oben ist. Soll ich sehen? Nein, das gelässt. Nein. Das habe ich doch gesagt. Oh mein Gott. Okay, warte. Okay. Au, au, das geht jetzt schüttlich. Ja, dann ist die Folge vorbei. Keine Angst, ich hab keine Angst. Oh mein Gott. Als ob da einfach ein Skelett unten drin ist. Ich hab doch gesagt, da hast du ein Skelett. Golem, du, du, du... Stopp, los, was machst du denn? Da vorne ist ein Monster. Ich hab das nicht gemacht. Ja, guck mal, der Golem, der steht... Yeah. Ja, guck mal. Der hat ihm gegeben. Danke, Kollege. Hier hast du ein Eisen, hab dich sogar repariert. Ich hab mir jetzt Bone Me gemacht, weil der hat mir Knochen gegeben. Uh, das ist aber cool. Ja. Ich hab eine Fackel. Ich mach jetzt... Oh, ich hab da jetzt eine Fackel im Geset. Da ist wieder ein Skelett. Golem, geh. Golem, komm hierher. Opfer dein Leben für uns. Von der Locker, Locker. Der guckt mich so an, was will die? Warum schubst die mich? Von der stirbt gleich. Ich sterb hier gar nicht. Oh, ich bin auf einem Herz. Ah, ich geh. Warte. Tür zu. Haar, Skelett. Ja, ich hab zwei Pfeile schon. Und ein verrottenes Fleisch. Toll. Und Jackpot. Hier sind Betten. Wir müssen halt... Ja, ich hab Kartoffeln gefunden. Die können wir anpflanzen. Kartoffeln? Ja, ja. Weil der eine handelt doch mit Kartoffeln. Wir müssen die anpflanzen. Okay, warte. Ich hab auch Bone Meal. Das heißt, wir können die direkt wachsen lassen. Wie viel Bone Meal hast du denn? Ich hab sechs. Okay. Das ist schon mal ganz gut. Aber ich mach das nicht, wo der Typ ist. Weil wo der Typ ist, der klaut uns das Ganze. Der klaut die Karotten. Ja. Kartoffeln meine ich natürlich. Nein, da ist noch einer. Mach das so weg. Weck mal auf eure Sachen zu bewachen. Ja. Wo sind wir denn? Verzieh dich. Oh. Und noch so eine Dings. Hast du eine Hake? Damit du das... Ich hab... Ich hab einen rechten Haken für dich, wenn du willst. Ja. Ich möchte gerne mich von dir distanzieren. Oh no. Große Angst. Ich hab... Sattel. Wir könnten ein Schwein machen. Wenn wir eine Karotte finden irgendwo. Okay, okay. Oh, ich will zum nächsten Mal auf eine Karotte. Das sind Karotten. Ich hab eine Karotte. Ach so, das sind Karotten. Yes. Oh mein Gott, wie cool. Okay, warte, warte. Wollte nicht einer mit Karotten traden? Kann ich mir nicht eine Karottenroute machen, wenn ich jetzt einen Faden hab? Wir brauchen aber einen Faden. Oder? Dafür brauchen wir eine Spinne. Brauche ich nicht. Stimmt, ich brauche eine Angel. Ja. Das heißt, wir brauchen irgendwoher eine Spinne. Hier ist sie aber. Rote Beete-Samen haben wir. Uh. Warte, die pflanze ich mal hier an. Rote Beete. Soll ich kurz die entwickeln? Warte, welche ist das rote Beete ganz hinten? Jaja, das hier hinten ist rote Beete. Das ist ganz in der Ecke. Aber ich weiß nicht, ob die so wichtig ist. Ist es egal, jetzt ist sie da. Eine Karotte behalte ich. Wir wollen einen Schwein ziehen, Leute. Jetzt ist mein Baum wieder auch leer. Okay. Okay, wir haben eine rote Beete. Warte, ich weiß nicht, dass ich wieder finde. Okay, gut. Jetzt wieder rote Beete zusammen. Lass mal gucken, ob wir zum nächsten Dorf kommen. Es sei denn, du findest hier noch eine Kiste. Äh, nee. Aber ich warte, ich holz mir kurz noch ein bisschen Stein ab, damit ich mir eine ordentliche Hacke machen kann. Hier sind Bücher. Bücher. Da kann man lernen. Oder sie verkaufen. Oh, dabei ist. Erst lernen und dann sie verkaufen. Das ist smart, Ronja. Du hast es bestimmt aus Büchern gelernt. Ja, natürlich. Weißt du was? Auf ins nächste Dorf. Oh, oh. Oder? Oh, oh. Hast du ein Bett? Oh nein. Aber warte, irgendwo da hinten waren Schafe. Du musst ein Bett suchen. Da hinten sind Schafe. Aber hast du einfach nur runtergraben? Nein, nein, nein. Aber wir finden bestimmt, wenn wir runtergraben oder Eisen. Nein, wir können nicht runtergraben, Ronja. Wir sind auf einer Flatmap. Wir sind auf einer Superflatmap. Warte, lass gucken, ob wir ein Bett haben für dich. Ja, hier ist noch eins. Okay, okay. Kein Problem. Oh, haben wir Kistes noch. Mit Kartoffeln. Okay, ich werde das Bett ab. Hab's. Warte, hast du das schon? Nimm dir ein Bett mit. Ich habe ein gelbes. Oh, und ich habe eine Blume. Warte schön, Eisengola. Du schenkst immer allen Leuten Blumen. Heute kriegst du eine von mir. Yeah. Warte, weiter. Oh, du hast Rüstung gefunden? Ich habe Rüstung. Willst du was haben? Warte, du kriegst meine Hose. Oh, warte, warte. Du hattest doch Lehm. Der hier tauscht Lehm. Wie viel braucht er? Zehn. Zehn für ein Emerald. Oh, mein Gott. Unser erster Emerald, Leute. Wir haben einen Emeraldo. Sonst warten wir einfach mal bis morgen. Wir können ja jetzt schlafen gehen. Und warten mal bis morgen, ob die Sachen praktisch sind. Oh, der gibt dir für elf Emeralds ein Eisenschwert mit zwei. Lass mal hier schlafen gehen. Okay. Oh, no. Die ganzen Villager belegen die Betten. Oh, ich habe mein eigenes Bett. Ich gehe hier vor oben ins Bett. Ich gehe in der Schmiede schlafen. Vielleicht kommt der wieder ins Zombie. Ich bin schon im Bett. Hier steht ein Villager vor meinem Bett und denkt sich, Gute Nacht. Gute Nacht. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe Redstone. Warte, hast du gerade die Glocke geklingelt? Ich habe den Morgen eingeklingelt. Oh, yeah. Wie auf dem Dorf richtig. Okay. Heute machen wir den Ausdruck. Okay? Okay. Ins Nachbardorf. Essen haben wir genug. Wir haben rote Beete und den ganzen Kram. Ja, ja. Ich würde sagen... Oh, warte. Lass erst mal gucken, ob die Sachen gewachsen sind. Ja, ja. Lass mal schon. Oh, das ist scharf mit seinem Baby. Scharf da vorne. Oh, das ist so süß. Hier sind einige Sachen gewachsen, glaube ich. Oh, das ist ja richtig hier. Nice. Nicht schlecht. Oh, jetzt haben wir Kartoffeln ohne Ende. Ich glaube, wir können sogar schon traden. Wie viele Karotten und Kartoffeln hast du? Äh, ich habe 15 Kartoffeln und 6 Karotten. Okay, drop it, drop it. Drop it, drop it. Das ist schön. Okay, ich pflanze schon mal die alten Sachen wieder an. Weißt du, kannst du in der Zwischenzeit mal das Holz abbauen? Hier, hier ist der. Bitte schön. Und ich gehe mal gucken. Hier ist der Farmer, okay. Ähm. Ich habe... Holz? Oh, ja. Ich kann jetzt hier für Karotten. Ja, haben wir. Und? Ja, zweimal. Nein, dann haben wir keine Kartoffeln übrig. Oh, das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Wir haben ja Brote ohne Ende. Ja, aber dann können wir nie wieder Kartoffeln ans Wanzen. Warte, hier sind welche gewachsen. Warte, ich habe auch welche angepflanzt. Okay, perfekt. Perfekt. Oh, der hat so ein kleines Baby, der Farmer. Der hat so ein kleines Villager-Baby. Warte, zack. Jetzt haben wir schon vier Emeralds, Rania. Oh. Nicht schlecht, oder? Ja, ist schon. Für den ersten Tag oder den zweiten Tag? Ich meine, das Dorf war wirklich... Stell dir mal vor, wir wären jetzt einfach irgendwo im Nirgendwo gespart. Ja, das stimmt. Das wäre echt schlimm. Das ist einfach nichts. Oh, Mann, der Golem geht gerade an mir vorbei. Der macht mir richtig Angst irgendwie, Mann. So, was machen wir jetzt, Rania? Wir brauchen unbedingt Fäden. Wollen wir irgendwo unterhören? Ich habe Fäden. Ich habe in der Nacht mit Spinnen gekämpft. Du hast Fäden? Ja. Nein, wie viele hast du? Jetzt ich dir die geben. Ich gebe sie dir. Wie viele hast du? Sechs Stück. No way. Hä? Also, ich bin gekriegt. Ja, wie cool. Warte, dann können wir ja eigentlich... Moment, dann können wir doch eine Angel machen, oder? Warte, wir können im Brunnen angeln. Ich will angeln. Ich will angeln. Warte, ich brauche noch ein Holz. Hast du ein Holz? Warte, ich habe noch Holz. Warte. Kein Problem. Zwei, zwei brauche ich. Zwei. Ich habe auch mehrere. Wow. Zwei Holz. Danke, Ronja. Du bist sehr spendabel, Leute. Ah, was soll ich sagen. Stimmt, wir können im Brunnen angeln. Warte, du kannst entweder im Brunnen, oder du kannst hier auch angeln. Ich glaube, hier ist erfolgsversprechende. Ich glaube schon. Hier ist so richtig auch Algen. Warte, ich mache mal... Ich hole mir jetzt mal meine Karotten. Ich angle mal eine Runde, ja? Karotten. Yes, ich habe eine Karottenrute. Uh. Das heißt, ich kann ein Schwein mitnehmen. Ja! Oh, das funktioniert hier richtig. Der Golem starrt mich so komisch an. Okay, wir gehen mal ein Schwein holen, Leute. Da ist ein Otzelot. Oh, den könnten wir auch zähmen. Oder ist das eine Katze? Nein, das ist eine Katze. Gehört zum Dorf. Die müssen wir später holen. Ich habe den Fisch. Warte, ich habe doch einen Sattel. Ja, hier ist der Sattel. Bitteschön. Du bist jetzt mein neues Schick. Oh nein, die kommen alle mit. Warte, hast du... Ich habe einen Fisch gefangen. Du hast einen Fisch gefangen? Ich habe einen Fisch gefangen. Ja, nice. Warte, ich will das eine Schwein da nicht zurücklassen, das Arme. Das tut mir so leid. Das soll ich alleine legen. Dreh dich doch mal um. Oh, da hinten ist auch direkt... Otzelot. Komm her, genau. Hier geht es jetzt lang. Hier ist ein Ei. Hier ist dein Fisch. Oh, danke schön. Ich nehme ihn mir, wenn ich in der Base bin. Nein, jetzt gehen die Schweine zu dir, weil du ein Fisch hast. Mögen Schweine Fische? Weiß ich schon nicht. Scheinbar, sie sind ja irgendwie zu dir gekommen. Guck mal, da hinten ist so ein kleiner Schweinepferch. Da können wir den reinmachen. Oh, ja. Mein kleines Fisch. Die anderen wollen jetzt nicht mehr mitkommen. Die sind am chillen. Dann lass die da. Solange die nicht alleine sind, das ist... Okay, jetzt hat das Schweine auf das Adresse. Ich bin nicht alleine. Kein Gott, ich komme hier mit. Weißt du was? Die bleiben einfach in Freiheit. Hier ist der Fisch. Du kannst deine Eier ausdrücken, kleine Schweine. Dankeschön. Okay, wir versuchen jetzt mal ein Otzelot zu zähmen. Okay. Beziehungsweise eine von den Katzen, die hier sind. Ich will die weitere Katze. Ich werfe mal ein paar Eier und hoffe, dass das Hühnchen rauskommt. Kommt, komm. Nee, lass sie ruhig ausbüllen. Warte, ich such mal die Katze. Wo war die, die weiße? Ähm, die war relativ... Die war eigentlich hier. Boah. Ich angle immer weiter, während du die Katze suchst. Ich dachte, ich hätte sie gesehen. Warte, ich hab sie. Du hast die Katze gefunden, die weiße? Ja. Aber sie geht weg von mir. Hab keine Angst, kleines Kätzchen. Komm her. Oh, no, no, no. Sie geht immer weiter. No. Oh, komm schon. Hier vorne bin ich. Ich hab doch einen Fisch. Was willst du mehr? Will sie anderen Fisch? Ich hab grad einen Lachs gefangen. So geht die denn immer weiter weg von mir. Hier ist ein Fisch. Hol ihn dir doch mal. Jetzt rennt die schon wieder weg. Warte, vielleicht will die einen anderen. Ich weiß nicht. Kann sein. Warte, warte, warte. Ich hab einen Lachs gefangen. Sie kommt zu mir. Sie kommt zu mir. Und. Zack. Hast du sie? Nein, sie ist weggelaufen. Ja, ja, komm her, komm her, komm her. Ich brauch mehr Fisch. Ich brauch mehr Fisch. Warte, ich hab hier. Wie viele hast du noch? Ich brauch mehr mindestens vier. Oh, warte, ich angel weiter. Okay, geh mal weiter angeln. Nein, Katze, nicht weglaufen. Warte, ich dräng die jetzt von der anderen Seite. Es ist mir langsam. Okay, okay. Ich geh jetzt von der anderen Seite. Schub sie zurück ins Dorf. Das ist die Laufkatze. Ja, ich bin hinter dir her. Ich will dich fressen. Genau. Lauf schnell zum Dorf. Oh, no. Los. Ich will hier auch nicht so Ewigkeiten vom Dorf weg haben. So, zack. Das ist nicht ganz unwahr. Oh Gott, die heult mich an, dass ich sie verfolge, glaube ich. Okay. Jetzt hab ich hier einen Fisch für dich. Okay, ich hab jetzt noch Fisch. Nein, jetzt rennt die wieder weg. Komm her, komm her, komm her. Ich hab einen Fisch. Ja. Ja. Bau dich. Oh, no. Sie ist immer noch nicht. Warte, ich komm zu dir. Wo bist du? Yes, dankeschön. Ja, das ist doch mal was, Donja. Da hab ich die ganze Zeit drauf gewartet. Okay. Rot. Und jetzt Katze. Komm. Okay, ich versuch nicht, die Katze zuzugehen. Oh, ja. Ja, ja, sie kommt. Okay. Yes. Ja, meine Herzchen. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben eine Katze gezähmt hier in Minecraft Lab Map. Wo ist sie? Ach, da ist sie. Hallo, meine neue kleine Katze. Freue ich mich, die kennenzulernen. Sie schnurrt, sie schnurrt. Wie wollen wir sie nennen? Ähm. Mary, Jerry. Jerry, Nicky. Nicky. Okay, wie auch immer. Alles klar. Das ist jetzt der neue Name. Gewöhn dich dran. Such dir einen aus. Alles klar. Leute, ich würde sagen, das war es hier von Minecraft auf einer Flat Map zusammen mit Ronja. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und schaut bei Ronja vorbei. Und abonniert diesen Kanal. Bis dahin, euch allen noch einen wunderschönen Tag. Und hasta la pasta.